Musik Ja und damit heiße ich euch hier herzlich willkommen bei Battlefield 4 in der Kampagne Wir wollen jetzt mal eine neue Kampagne direkt starten Möchtest du wirklich eine neue Kampagne starten? Natürlich Wir machen erstmal normal Und gucken mal an was jetzt hier passiert Wir müssen wahrscheinlich zwischendurch noch Oben stellen auf Ultra Wenn wir in der Kampagne das gerne doch auf Ultra zocken wollen Mit Multiplayer gehen wir dann doch lieber eher auf Speed Ja Gucken wir nochmal Wollen wir doch mal die erste Folge mal heute für euch hier Releasen Ja komm jung Lad Ich weiß auch nicht warum die Ladezeiten immer bei dem Spiel So extrem lange sind Aber Es dauert einfach immer extrem lang Bis irgendwas geladen ist Obwohl der Rechner richtig stark ist Aber gut Jetzt geht's los Jetzt gucken wir uns das mal an Auf geht's Die Musik freue ich schon Oh man Ich bin nicht zu diesem Song Hey Irish Weißt du was für Fische die einen Barco haben? Negativ Steff Sergeant Ey Wrecker Wrecker bist du wach? Komm wieder zu dir Mann Bleib bei mir Respekt Wrecker Das war gerade echt ne klasse Fahrleistung Bis auf das Ende Mach das Licht an Pack Der Sitz rührt sich nicht Tja Du wirst mal aus den Trailern kennen Das ist der Dings Das letzte was fängt ja auch Die netten Wagen fest Das war nicht Red mich so Mann du jakst mir ne scheiß Angst ein Pack Hilf mir den Sitz zu bewegen Wir sinken weiter Scheiße Wir holen dich da raus dann Hörst du Niemand Die Türen klemmen fest Scheiße Das lief alles anders als geplant Irish Wrecker Nimm meine Waffe Was soll das heißen dann? Was soll das heißen dann? Was zum Hacker soll das? Damit der Wolf überleben kann Muss er sich das eigene Bein abbeißen Schieß Nein tu's nicht Doch ich werde das tun Sonst geht das ja hier nicht weiter Rettet euch Raus hier Raus hier Das ist doch Bullshit man Hörst du mich? Und BAM Da gehe ich halb jetzt den Bruch 14 Minuten zuvor So Mal kurz gucken Erst einmal schnell hier die Grafik einstellen Die ist noch auf Ultra 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 Ja wir wollen jetzt hier natürlich Das Feinste vom Feinsten haben Zack Grafian schon übernehmen Bewegungsunschärfe ist aus hoff ich Genau so muss das sein Dann ist alles in Ordnung Dann können wir jetzt weitermachen Ja die Szenen kennt ihr ja schon aus der Aus dem Trailer von Battlefield 4 Damals Ähm ich hab schon ein paar Stunden jetzt Multiplayer verbracht Hab ja schon ein paar Videos von mir gesehen Online Ja wir wollen sie mal gucken Ich kann nicht Warum muss ich eigentlich extra da Ich kann auch hier eigentlich lang Ist eigentlich total unlogisch Nicht kaputt warum ich eigentlich durch die Tür hier soll Okay Er sagt ja immer ich soll irgendwie hier so durch Ne soll so machen Zack Aber bringen tut mir das im Endeffekt auch nicht Fieber Außer was ja der schöne Baum so mit dem schönen Licht drin ist Das sieht schon echt schick aus Also naja Ich hoffe die Kampagne wird besser als die in Battlefield 4 Unten sind ein paar Leute Mal gucken Oh mein Gott Da kommen die Tauben Oh mein Gott Macht der mir eine Angst Wo sind die anderen Weg Entspann dich Pack Wo zum Anker warst du Als die Übergabe schief ging Kam ich direkt hierher Es waren Russen oder Speck Ops Eine Sekunde sind sie da Und der Nächsten wieder weg Die ist ja doch sehr schön animiert Sehr gut Scheiße Das ist schon hell draußen Wir müssen zum Abholpunkt Weiß einer wo Irish ist? Ich dachte der wäre bei dir? Ich spreche die Funkstelle Tombstone 3 Hier Tombstone Actual Wo bist du? Tombstone Actual Komm aus Richtung Norden Hier wird's brenzlig Oh mein Gott Oh mein Gott Verstattet Irish wir sind da Rekord los jetzt mach die vorhanden Gebt ihm in Deckung Wir haben Fenstereinstellung Wir geben einfach in Deckung Okay wir geben dir Deckung Wir geben dir definitiv ein bisschen Deckung Das ist ne Munition Waffen Ja wir bleiben bei der Skaha Die ist wirklich fett Feuer einstellen Ja jetzt kommen die Hunde in die Fährung wieder hier Wo ist Irish love? Scheiß Hunde wieder Wacker Feinde in den Fenster Gehen wir über Wir haben feste Nagel Noch mal einfach so Zack Und tschüss boy Wohle hin Ja klar Ich bin dran ziel Ups da war mir schon ein bisschen leer Ich muss jetzt manchmal hier Zack Munition Ich muss jetzt erstmal schön hier hoch Also es sieht schon echt Nicht schlecht aus Und es läuft halt verdammt flüssig Auch auf meinem Rechner Und das ist ein Ultra Wie ihr gerade gesehen habt Ich hab jetzt nicht unbedingt den Eye-End-Rechner Hier ist Tombstone Actual Haben das Paket geholt Und in ein Wespen-Nest gestochen Wir geben uns zur Abholung Okay Verstanden Tombstone Ah jetzt kommt die Szenen hier Schalten wir zusammen raus Markier sie und gib das Zeichen Ja die war noch mal markieren Ach du hannige Scheiße Genau Nice 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 Und jetzt Jetzt geht die Butze hier nämlich ab Jetzt geht die Butze hier nämlich ab Immer schön baller baller hier Aber noch ein paar Granaden Einfach mal da hinwerfen Ups da will Ich bin da mir schon Ein drüben oder was Ich bin auch selber sehr stolz Ich bin im Arsch aber ich stehe noch Okay Was ist das denn jetzt hier Geht gleich weiter So Such deinen Weg Da ist noch ein Weg da unten Jetzt Irgendwann ist das Störber Normal hoffen wir Schüsse Ja klar Ist das Sprengstoff in der Kiste? Das ist das Jungs Du den Meinst du soll die Band Erhöhung wegschrägen? Geht alle in Deckung Nein es reicht aber Und tschüss Yay Muss ich doch nicht gleich so viel verschwenden Hier von jemandem Die Blutzeug Ja gleich Hier Moment Wir machen Fortschritte Schick deine Leute aufs Dach Lass mich nicht warten Hast du dich umgesehen Brack? Äh nein Aber gleich Ist hier eine Gebäudehälfte Ruhe halten für Taktos Visier Das kann ich ja noch gar nicht Ja Die beiden Schornsteine Direkt voraus Siehst du sie Bracka? Ja Sehe ich Ach T ist du Im Südwesten müsstest du den Abholpunkt sehen können Ja 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 Okay Fast schon Gut Weiter geht's Komm schon Rack Das Sichtgerät ist echt hilfreich Waffenkiste Waffenkiste Dann habe ich hier irgendwas mit Snipern drin Scharfschutz MKF Mod Jo Ist da irgendwas drin hier? Nö Keine Präzisionsgewicht Ich zieh immer gut Kehrt mich doch Leute Das Nenwerf müssen wir nochmal üben, ey Aber definitiv Das müsste aber getroffen haben. Das machen wir hier irgendwie. Okay. Gucken ob ich da merke was ich gleich vorbeikomme. Alter, warum stimmt der nicht? Also, deswegen. Also, deswegen. Ich gebe Feuer. Einfach die Ziele benennen. Was? Feuer bestätigt! So, okay. Schieb sie in die Hölle, Baby! Okay, das hat ja gut funktioniert. Okay, hier, los! Komm, mach lieber einmal platter! Los! Was? Alter, hättest du mich verarschen? Ich weiß mir jetzt aber gar nicht, was er gerade tut. Ich bin bereit, gib mir ein Ziel! Moment! Muss nachladen! Was ist denn andere Tracker? Weg, weg! Alter, er sagt ja, er soll angreifen. Was ist denn das? Vielleicht wenn ich mal anhören an der Typ. Warte auf Zielzuweisung! Feuer! Warte gemacht! Okay, ich glaube jetzt haben wir es geschafft, ey! Uh! Was soll ich denn warten? Ist alles down! Um halb lang hier! Ich bin bereit für Siebel! Wer kommt ab, der Schubertracker! Ja, ich sehe Sie! Alles klar, Wrecker! Ok, los! 13! Mann! Scheiße! Oh, er macht den Platz... Oh ja, das ist nicht doch schön, die noch immer erschienen. Uiuiuiuiuiui... Bitte warten, wir lassen nach. Bin bereit, gib mir ein Ziel. Ziel abhaft. Okay, schieße. Okay, auf geht's. Ja, dann feuert auch ihr Mist, Säcke. Alter. Ja, jetzt nur das Ziel. Obst du machst es mal über den Platt, ey. Komm, dieser Muni hier ist ja grob, ey. Was ist alles, ey? Meine Güte, ey. Fertig, aber nicht. Okay, warte auf, ziehen. Obwohl, gleich machen wir einen Abflug. Ein Movel ist Abflussrohr, okay. Wodurch? Bereit zum Angriff. Ja, ja, ja. Ich darf gleich ins Ziel. Macht immer keine Sorgen. Warum ahne ich, was jetzt kommt? Okay, gib uns die Ziele. Wo ist denn die scheiße Munitionskiste hier? Och, da ist sie hier. Ja, dann machen wir jetzt einmal schon die erste Folge Schluss. Haben wir die ersten Minuten schon mal rum und dann geht's in der zweiten Folge dann weiter. Bis aufs nächste Mal, euer Sanchez. Bereit zum Angriff.